vernichtete der Alarmgeräte damit die Wachen keine Verstärkung herbeirufen können war da gerade das Zahnrad so wohl okay ich glaube das mit den Alarmanlagen sollte ich ernst nehmen weil ich glaube da kommen hier durch die Wache durch die Teleporter Einheiten gespawnt ich glaube genau die Wachen sind damit gemeint die kann ich zum Glück noch relativ umboxen hallo großer böser großes böses drachenskelett was auch über du hier unten machst da muss ich hin lasst die bloß nicht entkommen jo klappt alles einigermaßen hier ist keine Wache hier ist aber eine Alarmanlage okay die werden wir einfach mal umbolzen können das war die zweite ich frage mich ob es hier noch Dings gibt auf jeden fall gibt es hier schon mal eine Truhe dann scheide ich die Alarmanlage aus und die letzte ist hier unten in den normalen Keller gewölben oh da hat einer Alarmgeräte dann sieht sie gut zerstört erst die Alarmanlage bitte danke jetzt der da noch weg da unten scheint sie die Kellergewölbe zu gehen scheint schon hier ein Teilekellergewölbe zu sein mit einer Giftpumpe ach das ist die Giftpumpe ähm ihr seid Trupp 1 da hat sich einer nämlich verknitscht ihr kannst mir schon vorstellen wie da das schicken Imp an die Arbeit und lasst ihm was böses tun jo aber jetzt gucken wir uns erstmal hier fertig um ja hier sind wir schon wieder hier okay noch ein Wächter okay das hier könnte umgehen werden ich muss meine Truppen eben demnächst mal zurückziehen um äh da kann ich durchbrechen dann breche ich da mal durch nur um herauszufinden dass hier nichts ist außer einem Rundgang und ich glaube ich habe mittlerweile auch kapiert was das hier ist das hier sind die Eingänge für die anderen Mitspieler wenn wir im Koop spielen deswegen haben wir hier auch zwei Eingänge das ist nämlich meiner das wäre für den Spieler hier unten und die beiden wären wohl für die Spieler hier und hier mh okay auch gut zu wissen so ich würde sagen ich mache jetzt die Alarmanlage die letzte kaputt hofft mal dass das jetzt da nicht gleich irgendwie was zeittriggermäßiges kommt dann ziehe ich meine Truppen zurück tue sie mal aufputschen dazu fahre ich einfach schon mal Ball hierher fülle meinen Bestand auf so Ball hierher zurück und da ist die letzte Alarmanlage ich finde das Belüftungssystem das ist hier oben eigentlich und was haben wir hier Schätze drin okay das heißt bevor ich alle dahin pforte pforte ich erstmal alle hierher zurück sehr schön Helden im Dungeon und schick einfach mal Leute die Verbrennungsanlage ach klicken wir einfach mal auf alle so und Ball produziert einfach nach okay okay für die letzten beiden fehlen die eben noch die kommen da wohl gerade angerannt gut einer springt rein Britzel und noch einer springt rein und Britzel und da ist die Belüftungsanlage oh yes with some modifications that old air cooler thing is perfect for spreading poisonous dust it appears to be of dwarven design so perhaps Velvet has just the thing you see Velvet had the minions dismantle the forge in Groove Urtat he thought of inventing a machinery to produce nurturing food for the masses using nothing but gravel and bark Velvet will tell the minions to use the parts to transform the air cooler into a dust blower instead okay die Dinger sind schon alle aktiv äh das wollte ich nicht ich wollte den Ball anwählen Ball Minion und der Minion der soll jetzt die Maschine bedienen so ja und deswegen können wir von allen Richtungen aus angegriffen werden so verteidige den Arbeiter das wird ja kein allzu großes Problem sein das haben wir jetzt schon so oft gemacht dass es leicht sein dürfte wobei wir haben sehr sehr viele solche Dinger hier die jetzt alle aktiv sind 1,2,3 also 4 sind es mindestens das weiß ich na klopft die Bogenschütze ich glaube die kam von hier oben 1,2 da ist noch eins ja das sind dann 4 so sollten die Level abbekommen was ich denen hier schon mal zutrauen dürfte diese sehen nämlich ziemlich gut aus dann grade ich die noch mit Rüstungen ab äh auch der Imp da der hämmert dagegen das Ding tritt dagegen genau so bedient man eine Maschine eine hochsensible ein hochsensible Zwergenapparat oh wir haben was verloren kein Problem das können wir ersetzen so jetzt wird nur noch der Squad zu Level 3 eigentlich und ja den können wir einfach so hoch trainieren und da reinstecken eigentlich denke ich mal so im Augenblick haben wir Ruhe so Rüstung anlegen gleich schon mal hier hochpforten und rein in den Squad so gut Problem gelöst wir haben hier nur noch eineinhalb Minuten dann ist das auch erledigt solange keine Heroes in meinen Dungeon kommen ich soll es nicht verschreien dann müssen wir Baal halt mal für eine Sekunde abkommandieren oh da kommen gleich noch mehr HERE Klappt aber alles ganz gut, der hat auch schon ein paar Erfahrungspunkte gemacht 50 sehr gut nur noch 40 sekunden und wir haben es geschafft da wird wahrscheinlich hier unten der keller aufgehen und wir können den den rein spazieren weil das andere habe ich aufgedeckt ja genau stirbt 11 sekunden 10 9 ich hoffe mal dass der keller darauf geht und es nicht zu irgendeiner nebenquests gehört die man wieder übersehen habe 2 1 0 nein nicht so uns ziel gut 1 böse 2 ok die teleport kugel mal ausschalten dann darf die uns wenigstens nicht mehr der da kann ruhig sterben ich habe zurzeit keine heroes im dungeon nein die habe ich nicht übersehen dann weg mit der plauze das ist eine gute gute Arbeit hellschild und ihr wisst ihr name ist bereits mit terror von den villains in dieser Welt ja great, aber einfach nicht so gut wenn du meinen eigenen Mann oh? Velva sieht nicht warum nicht, aber wie du willst Ja, ja, Mission abgeschlossen. Was ist das für eine Rune? Sofortige Arbeitskraft. Beschwören als Arbeiter. Er ist ein zusätzlicher Arbeiter. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt für die Seenlosen. Eine unschätzbare, unbezahlbare Schuld haben wir leider nicht geschafft. Dafür die Hauptquest und den Herrn der Schergen. Wieder ein Punkt. Den können wir halt nur da rein vergeben. Und wir sind in der vorletzten Mission, oder? Jo. Aber die gucken wir uns dann erst beim nächsten Mal an. Also, bis dann. Bis dann. Bis dann.